Musik Oh, Tide Rocks. Wie du erstmal auf allen Vieren weggerannt bist. Episch. Und das zum Anfang der Folge. Das sah so episch aus. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe zwei Spezial-Attacken und so. Was sind denn die hässlichen Flügel? Stufe 72 erreicht. Verstärkungseffekt. Blablabla. Kann ich die verwenden? Nö. Egal. Warum tanzt du? Was willst du? Nein! Der mag dich. Ach, heißen wirklich Skills-Feriligkeiten? Warum? Keine Ahnung. Na egal. Bei einem Tide Rocks, ich glaube, wir könnten das Dungeon sogar nochmal machen, wenn wir die Questen hier abgegeben haben. Bei mir steht nichts mehr. Das heißt, ich habe sowohl schon abgegeben. Na toll. Dann wasch erstmal dein Viech. Das sieht dreckig aus. Das ist wunderschön. Das ist ein Frosch. Das ist ein Wackelarstackel. Das ist ein Frosch. Ein Wackelarstackel. Das ist ein Frosch. Passt euch kurz. Äh, das ist 26. Ich bin ein Level. Welches Level bin ich denn überhaupt? 27. Äh, ich überreiche die Traumfragmente. Und, äh, läuft. Wenn, äh, Tyrox, wir könnten ja schon mal eine Gruppe machen. Wisst du das? Äh, wir könnten ja schon mal eine Gruppe machen. Ich habe Kopfschmerzen. Aber hast du gesehen? Meine Haare sind es wieder. Oh, lol. Tatsache. Was ist mit deinen Haaren passiert? Sind das... Wem hast denn deinen Kopf hinten reingeschoben, damit die wieder ordentlich sind? Ähm. Ich habe Kopfschmerzen. Das ist nichts. Oh, mein Gott. Ich möchte irgendwie eine neue Rüstung haben. Ja, ich schwore, ich hätte auch gerne eine kleine Verzauberung. So, jetzt hat die Alte was gesagt. Perfekt. Ich habe nicht zugehört. Was ist mit dem? Warte mal, ich habe hier noch was zum Abgeben. Reise ins Unbekannte. Wo? Wo? Ich glaube, hier blinkt. Warte mal. Ja, was denn? Was ist denn? Ernsthaft? Was hast du für eine dicke Wampe da dran? Ach Gott. Nee, nee, nee. Hilf mir. Ähm. Hier. Tyrax? Du hattest doch bestimmt auch hier Instanz. Reise ins Unbekannte. Oder? Scheiße, jetzt habe ich die weggemacht. Ähm. Ah, guck mal! Scheiße, jetzt renne ich... Ach du Schei... Warte mal, ist das nicht hier... Der rosa-rote Panther? Ja, also rote... Äh... Rosa Tiger. Nein. Stufe 27 Reise... Das ist ja ein Pinguin. Geil. Ungewisse. Ach, so geht das. Was nehme ich denn für ein Schwert? Langschwert, Deutsch, Stangenwaffe. Langschwert. Jonas, ich habe den Schlüssel immer noch im Inventar. Apropos, ich muss einiges verkaufen, mein Inventar läuft über. Äh... Hoffnung, Schlüssel immer. Das Schwert ist... Na gut. Okay. Langschwert ist Deva-Korye... Ach, vielleicht... Ja, ja, genau. Das ist besser so. Guck, wo ich so... Ohrringe... Und wieder hoffen Fressen. Erstmal ein bisschen was verkaufen hier. Das, das, das... Ähm... Das und das... Stinkblumensaft. Den verkauft man natürlich auch. Äh... Haufen Fressen im Inventar. Könnt ihr in Kenian einen Händler verkaufen? Verkaufe, blutsaugender Schlag. Bleibt. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Was solltet ihr euch da platzen im Inventar? Wieso rennt der Idiot weg? Ist der behindert? Hä? Das war... Müll. Nee, doch, lieber nee. Ähm... So. Aber ich hab da jemand zum Anquatschen. Den da. Seid gegrüßt. Nehmt diese Elim-Essenz. Geht damit zum Schrein... Viele Daewas haben versucht, Kurngalfsberg mit Feuerzaubern aufzutauen, doch ohne Erfolg. Es besteht noch eine letzte Hoffnung, Deva. Der Elim-älteste Khasadrasil. Elim besitzen die elementare Lebenskraft. Wir müssen alles tun, um Khasadrasil zu erwecken. Okay, äh, Tyrox, hörst du mich noch? Mhm. Okay, dann hab ich mich doch nicht gemutet. Und die Sissy, lebt die auch noch? Ja, ich lebe auch noch. Äh, Tyrox? Mhm. Was machst du da, bitteschön? Weiß? Hm, ich hab Spaß. Ich bin ein Pinguin. Ja, was für ein hässliches Vieh. Ich bin ein Pinguin, warte. Ich bin ein Pinguin, ich kann fliegen. Wer haste Pinguine da fliegen können? Äh. Ach, Tyrox, Tyrox, Tyrox. Wir gucken dich mal an. Detailstufe 28. Leute, du bist kleiner als ich? Ja. Ja. Aber du hast schöne Sachen angelegt. Und du hast einen lilanen Schwanz. Ja. Ich kann dich hier drehen und wenden, wie ich will. Okay, nicht ganz so wichtig. Ich kann hier nicht aus Röckchen gucken. So, hier unten ein Buch mit einem 1. Fertigkeit erlernen. Ähm. Kampfvorbereitung. Wilder Schlag. Ne, ich das da, was ich auf der 5 hab. Das da. Genau. Äh. So. Immer noch. Hä? Ich möchte irgendwie ein besseres Schwert haben. Das ist das falsche Ziel. Was ist denn jetzt los? Wieso hab ich... Vor allem, ich hab Kampfmusik. Oh Gott, wie steck ich in das Schwert wieder ein? X. Nein. 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 Scheiße, ich wollte mich verstecken. Nein. 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 Oh Gott. Hier wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Na komm mal her, Herr Espriester. Das ist kein gültiges Ziel. Ernsthaft? Du loot das erste Mal. Von wo sind wir gekommen? Das weiß ich. Alles was ich dir sagen kann ist, dass ich keine Ahnung hab, was ich machen soll. Hast du überhaupt ne Ahnung? Doch, ich hab ne Ahnung, aber nicht viel. Oh, da liegt was. Meine Beute. Toll, die haben nicht mal was drin. Mir ist aber oft gefallen, wenn man nicht gerade in der Gruppe ist, kann man mehr looten als wenn man in der Gruppe ist. So. Leuchtet der bei dir auch? Das ist Feuer, ja. Hast du dir auch von dem schon die Quest geholt? Das ist die einzige, die ich gerade hab. Nein! Nein! Mach das mit Sissi! Nein! 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 Ich werde grad penetrieren. Ich werde grad penetrieren. Ich werde grad penetrieren. Ich werde grad penetrieren. Der will mich penetrieren. Ich bin schneller wie du. Aber nicht so flink wie ich. Und der eingrennt erst was. Irgendwas hat mich doch grad gesehen. Scheiße, selbst das schafft er. Hey! Hilfe! Ein Pinguin, der mich penetrieren will. Oh Gott! Scheiße! So, jetzt sieht er mich schnell. Nein! Ey! Handeln! Handeln! Ich geb dir... Ähm... Hä? Ich hab gar nichts zum Handeln. Ich hab gar nichts zum Handeln. So'n Scheiß. Boah! Hm... Ich... ich möcht... Waffen! Äh, gibt's denn hier nen Shop? Ja, irgendwo gibt's nen Shop, aber... Hier drüben ist doch so'n... Wo? Hier! Hier! Gewischtwagenhändler! Ah! Hoher Besuch, Yang Yang! Geh ich schnell kaufen! Äh, ne... Rücker... Rücker... Ich hab' schon... Ich hab' schon... So... Ja... Der Wiederauferstehung! Das brauche ich... Ach, genau! Die hab' ich ja... Ja, ein Stück! Lol... Okay! Leb' wohl, Deva! Ja, das war's! Äh... Ja, man kann's dir in die Kurve! Aber bleib doch so, wie du bist! Ja, aber ich bin voll schwach! Na und, ich auch! Ja, trotzdem! Ich möchte schwach sind! Hat der mir jetzt was gegeben? Naja, dann... So'n Arsch! Blutsaugender Schlag! Ja, wohl, seit 30 Sekunden... Das und... Das dorthin... Das dorthin... Das bleibt da... Das kommt auf die... 9... Das macht... 1032 MP... 918 TP... Oh Gott! Das hat sich so merkwürdig angehört! Ich weiß... Erstmal was fordern... Ähm... Soldat, Rang 9... Soldat, Rang 8... Nächster Rang... Hä? Äh... Aktueller Rang... Soldat, Rang 9... Nächster Rang... Soldat, Rang 8... Äh... Alles klar? Bisschen widersprüchlich... Hm... Keine Ahnung... Titel... Ich will einen anderen Titel haben... Du 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 du... Wir könnten eigentlich mal zurück in die Hauptstadt fladdern, solange Sissi noch im Dungeon ist und dann können wir dort noch Rüstung gucken für dich... Detox... Na gut... In dem Sinne... Wo ist die Hauptstadt? Ich kaufte dir ne Schrift, Freunde... Das war doch diese Festung, oder? War das nicht Pannenmodium? Ja... Ich weiß das ist ne Belusian-Festung... Hast du... Drei Shops... Aber wir können auch... Was? Wohin? Scheiße... Jetzt bin ich... Ja? Ich bin wieder in dieser ganzen Hauptstadt da... Achso, nerd, okay... Äh... Ich tp mich mal hier hin, diese Belusian-Festung... Wenn du fertig bist, Sissi, sagst du Bescheid, ne? Mhm... Dann kommen wir zurück... So... Da hinten ist... Der Händler auf Schwarz... Was? Hä? Händler der Schwarzwolkenhändler... Okay... Was verkaufst du? Nix... Arschloch... Verkuft er mir nicht, ey... Was ist das? Arschloch... Postkasten... Oh, mir wird ein roter Pfeil angezeigt... Oh, mir wird ein roter Pfeil angezeigt... Was ist das? Okay... Postkasten... Ah, nee... Ah, hier drin ist noch irgendwas... Was ist der dort denn? Blut für Blut! Stigma-Stein ausrüsten... Verstärken... Ähm... Ich hab nicht mal einen... Doch... Verbesserungskosten... 20.000 Gold... Ich könnte vergessen... So, was mach ich jetzt damit? Jemand weiß es... Ich hab grad einen Stigma-Stein ausgerüstet... Wer ist das? Das ist... Keine Ahnung... Was hab ich hier in der Quest bekommen? Hat mich aber auch fast 10k gekostet... Ich bin ein bisschen teuer... Wer weiß... Vielleicht bin ich jetzt endlich mal stärker... Ähm... Hier gab's doch noch mehr Shops... Wollen die mich verarschen? Ja... In die Richtung... Ah... Da... Der erste Händler... Lebensmittelhändler... Den wollen wir nicht... Gemischtwarenhändler... Lapion... Zeig mal... Was hast du denn auf Lagerhübsche? Ja... Braucht ihr irgendetwas? Auch nichts... Es war mir ein Vergnügen... Gott, also ein Spillusanlager brauchst du nicht kommen... Die haben auch nicht wirklich an Waffen... Ja... Aber ich muss jetzt mal was gucken... Kann man im Lager seine komischen Tränke lagern? Das wäre natürlich episch... Heilmittelhändler... Tod unseren Feinden... Lagerhaus benutze... Oh lol... Tatsache, das geht... Das rein... Das rein... Ähm... Das bleibt... Zehn Minuten lang wird maximale TP... Und... Ne... Das kann weg... Zehn Minuten lang kann maximale TP... Kann weg... Und das bleibt... Jo... Da ist ein Buch... Okay... Da ist auch schon wieder was... Ja... Gut... A... Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt... Okay... Ja... Dann... Äh... Hier in das Lager... Da rennt auch so ein Pink Panther rum... Und... Ok... Da... Ja... Wenn man... Ja... Dann... Da... Na... Ja...